Treten Sie hinter die Kulissen von Velvet und sehen Sie, wie die Stars den größten Fernsehabend feiern, wenn auch nicht ganz auf dem Niveau vor der Pandemie. Hollywood ist mit einer Reihe von Veranstaltungen im Vorfeld der Meilenstein-Zeremonie am Montagabend zurück auf der Party-Tour. Netflix, Disney, HBO, Apple, Uta und viele mehr sind Gastgeber der Feierlichkeiten. Die Agentur WMA gehört ebenfalls zu denen, die Siege feiern, da die von ihr vertretenen prominenten Auszeichnungen erhalten. Quellen berichten, dass Meghan Markle nicht zum WMA-Awards-Season-Toast eingeladen wurde. Die Agentur Powerhouse übernahm am Sonntagabend das Hoho-Haus West Hollywood für eine intime Feier zu Ehren von Kunden und Mitarbeitern in dieser arbeitsreichen Zeit. Dazu gehören Preisverleihungen wie die Golden Globes, Critics Choice Awards und Emmys. Wie bei jeder Party nach der Show ist es immer schön, einige Gewinner im Gebäude zu haben, und WMA hatte eine Handvoll, dank des Zeitpunkts direkt nach den CCAs. Gewinner wie Jeremy Allen-White, R.A.N. Moss-Bakrek, Kieran Kuhlin, Robert Downey-Dournier und Steven Y. Zillern schafften es in die RS, zusammen mit Rilasen, Tina Fey, Dua Lienmo, Tom Holland, Dan Levy, Adairi Rachel Senate, Emma Sali-Giemann und Kamil Morone, Jason Segal, Gal Garcia Bernal, Diego Luna, Charles Moulton und Kryrassel. Seitens des Unternehmens waren der Vorstandsvorsitzende von Endeavor, Patrick Wittel, im Raum, ebenso wie die WMA-Drehbuch-TV-Corleiter Aron Yunnan und Tom Wellington, die WMA-Talent-Corleiter Doug L.E.D. und Andrew Dunlop, WMA-Motion-Picture-Corleiter Roger Green und einige des Tone-Chief-Experience-Officer von Soho-Haus. Aber warten Sie, es gibt noch mehr. Robert Pson, Bob Ender, Aziz Ansari, Selina Song, Matti Temaon, Simona Tabasco, Messurese, Lionel Beuys und Lysangen stießen ebenfalls auf die Saisons an. Ein Insider sagte, Meghan Markle fühle sich wahrscheinlich gedemütigt, weil sie die einzige Person im Unternehmen sei, die keine Erfolge oder Auszeichnungen erzielt habe. Die Golden Globes, Critics' Choice Awards und Emmys haben sie alle auf die schwarze Liste gesetzt, obwohl sie den Luftfahrtpreis für Harry gekauft hat, da WMA ihn nicht vertritt. Meghan hatte keinen Grund, am Empfang der Agentur teilzunehmen. Tatsächlich vergessen Führungskräfte, Mitarbeiter und Prominente sie. Es ist jedoch nicht so, dass niemand sie auf der Party erwähnt. Das würde die Luft zerstören. Eine Quelle berichtete der Zeitung, dass Magans Talentin bei der Agentur William Morrison der, bei der sie Anfang des Jahres unterschrieben hat, entsetzt und verärgert über einen nicht enden wollenden Skandal ist, der immer weiter voranschreitet und dem in Kalifornien ansässigen Paar eine Abrissbirne zu bereiten droht Zukunftspläne. Arie Emanuel und WMA sind eine große Sache in Hollywood, nicht auf K- oder Uta-Niveau, aber immer noch groß. Dass es nicht einmal eine Nominierung gibt, sagt alles, denn für andere, die keine Nominierung erhalten, handelt es sich normalerweise um zu viel Talent für zu wenig Nominierungsplätze. Für die Sussexes ist es jedoch eine klare Absage, selbst mit WMA im Spiel. Das Paar ist in Hollywood so verhasst, dass es nicht nominiert wurde. Das Paar ist allgemein unbeliebt. Wenn Meghan noch immer von WMA betreut worden wäre, hätten sie eine Einladung zu den Preisverleihungen besorgt. Gibt es einen besseren Weg, Menschen zum Netzwerken zu bewegen, als bei einem der größten Preisverleihungsabende des Jahres? WMA hätte ihr leicht ein Ticket für einige Auszeichnungen wie die Golden Globes besorgen oder sie selbst mitnehmen können. Eine noch einfachere Option wäre, dass WMA sie zu einer oder mehreren Afterpartys der Golden Globes eingeladen hätte. Aber WMA schien Meghan geisterhaft gemacht zu haben. WMA